Der Kämpfer in der blauen Ecke ist 28 Jahre alt, 72,5 Kilogramm schwer, 1 Meter und 75 groß. Seine Kampfbilanz, 40 Kämpfe, 38 Siege, 15 Knockouts. Seine Erfolge ist Profi DKA Weltmeister. Für das Absportzentrum Steko ist der Ex-Weltmeister Paritzer Steko und Frau Justibovic. Vor allem, aus München, Siebooooooon! Ich hoffe, dass Sie nicht getroffen sind. Punktrichter aus England, Jack Zanjo, aus der Führungskraft, Hassan Shadalasch und aus Deutschland, Robert Röhrung. der man im Leben aussehermigen Guran Filinkovic. Der Kampf ist angesetzt auf 5-mal Sicherheit. Miramitschum. Die Kämpfer sind bereit zur Leve-Fight-Büdie. Runde 1. Die Kämpfer sind bereit zur Leve-Fight-Büdie. Die Kämpfer sind bereit zur Leve-Fight. Die Kämpfer sind bereit zur Leve-Fight-Büdie. Die Kämpfer sind wichtig zur Leve-Fight-Büdie. Runde 1. Die Kämpfer sind bereit zur Leve-Fight. Die Kämpfer sind bereit zur Leve-Fight-Büdie. Die Kämpfer sind bereit zur Leve-Fight-Büdie. Das ist so nett. WDR mediagroup GmbH 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 Vielen Dank. Ja, bravo! Ja, bravo! Ja, bravo! Ja, bravo!